Servus, heute bin ich mal wieder wegen der Jena. Ich muss euch mal was zeigen. Ich komme eigentlich gar nicht mit der Jena-Stall da unten rein. Die sind so verfressen, verfressen, das sind Piranhasen, das gibt es nicht. Guck mal, da sind sie alle, guck. Da habe ich ein bisschen was da, was übrig geblieben ist. Wurst, Nektarin, solche Birnen. Da sind ein paar Erdbeeren, die ich nicht im Kindergarten habe. Jetzt muss ich denen mal so was hinschmeißen. Dann haben wir schon so ein Stück Erdbeeren, guck. Jetzt passen wir auf. Jetzt habe ich die Chance an den Top zu gehen, das sie neu zu kippen. Da guck, jetzt kommen sie. Piranhas. Guck mal. Guck mal, die däten sich alles brechen. Man schnappt sich jeder was da, rennt vorhanden, presst irgendwo, ne, da. Verrückt da hin. Der Haar guckt da zu. Sieh da, da guck mal, der Top ist bald klein. Da ist nichts mehr drin, guck mal. Guck mal, nichts mehr drin. Denen geht es halt gut, ne. Hopp. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal.